ok leute zurück und wenn ich das so richtig sehe brauche ich meine truppen hier wobei sie kommen alle nach und nach aber das ist nicht der fall und da ist generell hier machen wir noch ein platt ach unsere jäger ist ja doch ein gefundenes fressen so die kanone hat dran geklaut oder dran glauben müssen die bombe wieder auf und da da jetzt auch abgesetzt wird einfach noch mal eine zweite 1 hierhin du solltest ein bisschen munition produzieren dann machen wir jetzt hier ein die restlichen auch noch auf 1 das sieht gar nicht so schlecht aus ihr geht hier mal hin du erforscht das und bist sofort fertig dann machen wir das so alle nach oben hier ressourcentechnisch sieht es ja gar nicht so schlecht bei uns aus machen wir erstmal hier die basis platt das hier wollte ich nachher forschen dann zu stellen wir mal die versorgungstippos und dann geht darum und dann ist diese ist auch gesagt wie geht es hier weiter da ist noch ein raketenturm wir werden schon wieder eingegriffen ein paar mutas ne das ist auch platt oh hier oben sind ressourcen das könnte sich gar nicht äh könnte sich jetzt gar nicht so schlecht erweisen dass da noch welche sind vielleicht soll ich da eine drohne hinbringen und hier noch eine nächstes bauen können wir noch mal gucken das ist ein raketenturm das zerstören wir auch mal da ist noch einer machen wir auch mal den erdbrun gleich da ist auch noch einer zack kaputt das zerstören wir jetzt noch im und kannst auch hier runter kommen ähm bitte hier hin ja sieht so aus als hätten wir rechts was pin ist erschöpft das hier ne oh jetzt sind hier aber mutter ist angekommen das ist nicht so pralle ok das erforschen wir noch mal da machen wir noch mal ein bisschen was das update läuft noch und du kommst da nicht mehr runter dann stehe ich hier oben hin macht nichts wir haben ja eigentlich so ein transportschiff und das fliegt jetzt hier hin und lädt alle aus so und dann bauen wir uns eine schicke kleine basis auf vielleicht machen wir da auch nochmal ein paar mehr transportschiffe kann ja nicht schaden ne macht's platt dankeschön nexus hier hin so wir lohnen da hin wir lohnen da hin und zurück vielleicht noch ein räuber hinterher rein da hier wir haben eine kann da da eine kann da 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 das sollte als basis verteidigen reichen update sind komplett hier können wir noch pfanzer machen unsere bodentruppen naja wie lange brauchst du noch na komm schon so da ist es und unsere flotte ist auch wieder bereit zum abgehen dann fliegen wir doch mal hier weiter hin und guck mal was hier noch fahrs ist eigentlich können wir die eigentlich wollte ich ach das war nicht so klug das war gar nicht so klug machen einfach mal hier haben wir doch nicht mehr so viele gut wir haben ja hinten nicht ein neues Mineralienfeld warte auf Befehle warten wir mal bis einer fertig ist dann sieht es doch gar nicht so schlecht aus na komm da kommt noch ein bisschen Gas zustande ne naja kommt schon hol den mal im Tüttich runter das ist nett so kommt hier hin hier ist nicht so weit weg da sterbe das ach da ist schon wieder festzogen da ist schon wieder festzogen hier hin da draus schießen da ist noch sowas von oh ich dachte ich wäre hier sicher wohl falsch gedacht so dann brauchen wir hier noch mit zwei Kanonen hat ja keiner gesagt dass die Wächter haben jetzt kommen die noch mit Budgets an so so die Mutter und dann das und dann die jawohl das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus komm den auch noch und dann zurückziehen da kommt die Gegnerscheinheit aber ist unterbeschoss das ist gut so du gehst ja auch ernten alles gut so Klingenupdate ist auch nicht verkehrt und hier nochmal ok wir warten eins ciao bring doch die Hydras dahin von mir aus hier machen alles alles hier platt den Bootschleimpool ah nein na gut dann halt nicht den zu stellen wir auch noch kommt hier hin und hier scheint auch wieder ressourcenfeld zu sein ne aber wir fliegen mal hier hin schafft ihr das? ach so kacke ach so kacke wo kommen die denn alle her? gut und ziehen wir mal ein paar was genug ok dann geht es hier runter mit der 1 oh tja dann gelaufen ne na komm nicht kriege ich auch Downhand Disc so ach die Kammikerze oh Gott weg hier, weg hier, weg hier in da vielleicht müssen wir auch eine Schwachstelle finden da unten scheinen sie nicht zu sein und wir brauchen eindeutig mehr Vespin Gas bitte da reingehen und bitte da reingehen aber auch Mineralien brauchen wir dann schicken wir die doch alle da nach oben hin dann brauchen wir uns um neben der Reihe auf jeden Fall keine Sorgen zu machen das ist aber auch erschöpft so ernten was das Zeug hat Jungs du fährst mir hier hin er hilft hier ein bisschen bei Verteidigung und fliegt dann da hin hey macht die Hydra Schrott da aber dann 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, jetzt machen wir mal eben ein paar Kanönchen Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus Dann machen wir hier noch ein paar Kanönchen Und die werden ganz schön fies jetzt hier Juni, wir werden angegriffen Hm Kommst du ja noch ein kleiner So, holen wir das Gas raus, bitte Da bitte rein Bitte hier So, ja, macht einen Punkt Hier Und ihr Auch hier Ihr ladet einfach alle hier aus So, und dann Wollt ihr mir noch Tassa da Das ist auch nicht verkehrt, ne? Damit es einfach schneller geht Musst du mir hier einfach noch ein Nexus hin So Na, komm Und ihr guckt jetzt einfach mal hier rum Was denn hier so noch Phase ist Hm Da ist nichts Da ist So gesehen auch nichts So Die hatten wir schon mal Hier wäre eine Landezone, ne? Da wäre eine Landezone Wo sind meine Sportschiffe Ja, wo Da ist eine Landezone Ich will da nochmal welche von Und hier auch Ränder Bitte einmal hier hin Und alles ausladen Oh Oh Und einmal zurück So Druck 1 Ist das Hier ist halt Druck 2 Dann mal Attacke Dann Trupp 1 Hier hin Hier bildet die Nachhut Und dann machen wir sie mal Und ich platiere Jo Sieht so aus Jetzt hätten wir die Basis Geplettet Aber wir kriegen hier auch massiv Probleme, ne? Hätte auch versenden können, ne? So Und nochmal ein Dutzend Berserker Zack Verlag die beiden So Danke Okay Druck 3 3 Hier hin Und Dann machen wir nochmal 2 von Hier machen wir nochmal 1 Reihe Und der Nexus Da hat auch was gebracht Sehr schön So Die auch hier ausladen Bitte Trupp 1 Guckt mir jetzt erstmal hier Mal hier gucken Weil da unten haben wir auf jeden Fall auch erstmal Ressourcen Ach Ja, komm mal hier Scheiss Scheiss Kamikaze Flieger, ne? Die machen einem das Leben ja wohl schon schwer Ah, und da ist jetzt schon die Lieder an der Basis Und dann gucken wir mal, wo wir schön landen können, ne? Ich weiß, wer wir uns hier Aber hier ist keine gute Sonne Nein, 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 nein Ein Jäger von online Alles gut Oh Ach, da kommt eine Königin hinterher, okay Hm, warte Was wir hier nochmal ändern War das genug? Okay Gut Dann Wollen wir uns doch hier mal Das scheint doch eine gute Angriffsposition hier zu sein Wenn die Wächter weg sind Da haben wir schon gut Das war auch das letzte Update Ja Grupp 3 bitte hin Grupp 1 geht hier schon mal auf Position Bye, bitte da hin Nein So Hier Hier Und hier Grupp 2 Da rein Hier Grupp 4 Da bitte rein Und da rein Ja Jetzt stört nicht wieder was 2 2 Hier hin 3 Hier ausladen Und dann machen wir doch die Zek Jetzt platt hier Ja Guckt euch das an So Zack Macht alles platt Nein Vielleicht solltest du nicht ganz so Halt vorpreschen So Räuber Nachmunitionieren Ach Die eine Hydra Kommt Lungs Zerstört alles Nachproduzieren Noch mehr nachproduzieren Oh Leute Das ist ein Fall für Trupp 1 Hier Leute Trupp 1 Bitte hier Das ist jetzt der erste hinzustellen Und dann die Alle zerstellen Und du musst Komm zurück 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 So Ich freue mich jetzt nicht alle noch ob's geht Die Kraft ist überwältigend Du musst ja vorsichtiger sein Hier ist ja Trupp 2 So Jetzt zerstört mir alles hier Sehr schön Oh Vorsichtig Sehr schön Da kommen noch ein paar Drohnen Aber die sind für uns ja Keine Gefahren Wir besorgen sich für unsere Räuber Zack Zack Vier Schuss Dann war's das ja schon Dann ist die Brutstätte auch gleich noch Schrott Na ja Und wir brauchen Munition Also die Räuber Die sind echt fiese Einheiten Einfach aus dem Grund Vorliegen Und Und Wir brauchen mal Vier Schaden Oh Dafür sind sie halt auch sehr langsam Und gegen Luftanheiten machtlos So So Hier hin Und eins hier hin Eins hier hin Zwei hier hin Ja da haben wir's doch schon Fast geschafft Ja da hat mir das mal ein Oh hat er da ein Und dann gucken wir mal Ja das dauert noch jetzt Moment bis sie da sind Ne Oh Kannst du auch nachvollziehen An Munition So Na wir sollten vorsichtig sein Ne Einfach mal alles hier ausladen Na kommt hier Und damit hätten wir eigentlich schon fast die Mission geschafft Aber Ich will natürlich jetzt mal hier die Restlichen Zerg Im Platt machen Aber das geht ja hoffentlich ganz fix Ich weiß dass da Irgendwo noch Genau Ihr wart da Na Und dann verlier ich schon mal einen Räuber So Das war's auch mit dem Zerg Kommt ihr noch hier hin Und ich sag schon mal Dankeschön fürs Einschalten Ich hoffe es hat euch gefallen Und wir sehen uns in der nächsten Folge Starkwacht Wieder Bis dann Euer Sepp Ich glaube jetzt kommt noch ein Video Das war's auch mit dem Zerg 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 Sarge Sarge Hey Sie werden mir auf der Stelle erklären warum sie mich vom Schreibtisch weggeholt haben Private Protoseinheit Sarge Kommt durch den Pass im Süden Sieh übel aus Abknall 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 Feuer 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 Oh Mann oh Mann Na wird dir jetzt ein bisschen heiß um die Birne Yuhuu!